Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Jeden Morgen dasselbe mit dir. Ich bin ja ganz stolz auf die Bundespolizei, die haben ja richtig Erfolg im Moment, die haben richtigen Lauf, die fangen die Leute an den Grenzen ab und so. Hängt wohl an der Nancy, die hat denen ein bisschen mehr Personal gegeben. Ja, das gräbt dem Söder und Seehofer das Wasser ab, weil die haben noch eine eigene da schaffen wollen, die da irgendwie rummacht mitten in den Bergen und da findet sie keine, weil da keiner langkommt. Ja, wahrscheinlich auch, weil sie so schlecht bezahlen. Die privatisieren das dann ja im Zweifel alles und dann gibt es keine tarifliche Bezahlung und dann ist auch nicht gut. Keine Ahnung, aber ich glaube, das sind sogar Beamte. Das sind bayerische Grenzbeamte. Die Sachsen wollen das übrigens auch. Also die beiden Freistaaten wollen freie Polizisten. Also ich will und da stehe ich auch dazu, dass die öffentlichen Dienstbehörden ordentlich mit Personal ausgestattet sind, damit die auch wirklich arbeiten können. Da fangen ja jetzt die Liberalen schon wieder an rumzunöllen. Das wäre zu teuer. Na klar ist das zu teuer. Ich gebe denen vollkommen recht. Das ist zu teuer. Wenn die Menschen sich alle benehmen würden, entsprechende Gesetzen handeln täten, dann bräuchten wir kaum Verwaltung. Zu einfach. Da hast du wohl recht. Tun sie aber nicht. Gerade diejenigen, die mit Macht ausgestattet sind, also auch mit finanzieller Macht, tun ja alles, um sich all dem zu entziehen, was so vorgeschrieben ist. Ja, die hauen ab und zahlen keine Steuer. Oder die hetzen wie Matthias Depunkt die Leute auf, jeden Tag wieder in ihren Zeitungen. Das ist sicherlich nicht produktiv. Da bin ich bei. So wie der Meier nach Luxemburg abgedüst ist, weil er da ja so gute Bedingungen für seine Werft hat. Das ist so ein dramatisches Beispiel. Da fährt der Kanzler ja auch hin und bringt ihm Geld. Ich würde nicht fragen, warum fährt er nicht nach Luxemburg? Vielleicht könnte ihm Jean-Claude Juncker oder irgendein anderer Luxemburger dem Meier jetzt das Geld geben, was er gespart hat durch seinen Umzug nach Luxemburg? Ja. Es ist ja sowieso, der ist ja gar nicht mehr sein persönliches Eigentum. Das ist ja in zwei Familienstiftungen ist das ja aufgegangen. Was ja nichts Besseres heißt, als dass diese Familienstiftungen ihm ein schönes Leben stiften und der Familie nachfolgen. Ja, ja, ja. Nee, also ich bin vollkommen dagegen, den mit irgendwas zu subventionieren. Ich bin dafür, dass man Arbeitsplätze schafft, dass man eine Industriepolitik macht, die Arbeitsplätze schafft. Aber eine Werft im Binnenland für irgendeinen spinnenden Werftbesitzer, der seine Steuern irgendwo bezahlen will, brauche ich nicht. Also dann mal lieber eine ordentliche Industriepolitik gemacht, oder? Ja. Und zwar dann hin mit der Werft, wo, wenn man unbedingt diese Kreuzfahrtschiffe, die ja eigentlich kein Mensch braucht, man guckt sich mal das an in Venedig, das ist ja schlimm aus. Die Stadt geht kaputt durch diese Schiffe. Die Antarktis geht kaputt durch den Müll, den diese Schiffe dort hinterlassen. Nur damit einige Leute ein bisschen Spaß haben. Nein, brauche ich nicht. Ich meine, ich bin froh, dass sie nicht zu uns kommen hier aufs grüne Land in Hochtaus. Wir machen ja Urlaub quasi hier den ganzen Sommer und Winter, ja. 365 Tage. Jeder Tourist, der hier nicht kommt, freut mich. Ja. Ich von wegen, ja, sieht gut aus, die Sarah Wagenknecht mag ja auch gut aussehen, aber die ist eine Diva, ne? Und die Diva von der Diva, also die Diva von der Saar, der Oskar, scheint sie ja voll im Griff zu haben mit seinem, wir machen mal Frieden, egal was es kostet. Stört ja nicht, wenn der Putin bei uns in Deutschland einmarschiert. War ja nicht so schlimm mit der DDR. Ja, ich habe eine gemeinnützige Gesellschaft gegründet, die aufruft dazu, alle möglichen Menschen, die sich da berufen fühlen, Mitglied zu werden, damit wir den antikapitalistischen Schutzwall an der BRD-Westgrenze errichten, wenn Putin dann hier ist. Ja, wird wohl nötig sein. Also die bösen Franzosen und die bösen Belgier und die bösen Holländer, die werden ihre Freiheit nicht nehmen lassen von solchen Schwachköpfen. Da bin ich bei dir. Also da müssen wir dann sehen, dass die nicht zu uns rüberschwappen aus diesen komischen westlichen europäischen Staaten. Da muss ich mir überlegen, ob ich da nicht Mitglied werde, muss ich dir wirklich sagen. Also aber ich glaube, die Politik müsste manchmal auch wirklich ein bisschen mehr erklären, was sich abspielt. Es reicht ja nicht einfach nur mal ein Machtwort zu sprechen, hin und wenn, sondern manchmal müsste man vielleicht auch erklären, um was es denn überhaupt geht, wie eine Entscheidung zustande kommt, was das Ziel der Entscheidung ist, wohin die Reise gehen soll. Das ist Aufgabe von Politik. Das können Sie eigentlich ruhig vorher machen, bevor so eine Meldung wie die Meierwerft wird subventioniert durch Bund und Land mit einem Milliardenwert Betrag, also Kapitalerhöhung hieß es dann, um so und so für Milliarden und das darum, weil denen im Moment 2,8 Milliarden fehlen, weil die ihre Schiffe noch nicht fertig haben, die ja dann noch nicht bezahlt sind und dann müssten sie ja Insolvenz anmelden und, 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 und. Das kommt so alles kleckerweise im Laufe des ganzen Tages, kommt das erst so ans Licht. Das heißt, du hast erst als Bürger eine Möglichkeit, dir eine Meinung zu bilden und dich zu entscheiden dafür, was du meinst, dass eigentlich richtig wäre, wenn der Tag vorbei ist. Genau. Unsere 5 Minuten sind vorbei, Rudi. Ja, aber schon lange. Dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Gerne.